Hallo ihr Lieben! In dem heutigen Video möchte ich euch zeigen, wie man dieses Integral lösen kann, indem der Betrag von x vorkommt. Es ist gar nicht mal so schwierig, das zu lösen, wie man jetzt am Anfang vielleicht denken würde. Man muss sich nur ein bisschen mit dem Betrag auskennen. Schauen wir mal ganz kurz. Der Betrag von 7 zum Beispiel, weil wir setzen ja für das x dann auch Zahlen ein letztendlich und wir müssen mal schauen, was wäre denn der Betrag von zum Beispiel 7? Naja, das wäre einfach die Zahl 7 selbst, denn der Betrag sagt nichts anderes als, ich möchte, dass das Ergebnis positiv wird. Es soll genau die Zahl werden, die hier drin steht, aber positiv. Okay, das ist dann die 7. Wenn da jetzt minus 7 drin gestanden hätte, dann sagt der Betrag auch, ich will, dass genau die Zahl da stehen bleibt, aber in positiv. Also das Ergebnis letztendlich soll auch 7 sein. Wie kriegt man das hin, wenn da eine negative Zahl drin ist? Dann geht man so vor, dass man sagt, man multipliziert dieses Teil, was hier drin ist, mit minus 1, also macht minus minus 7 und dann wird es automatisch positiv. Das heißt, wenn man weiß, dass man nur mit positiven Zahlen arbeitet, dann kann man die Betragsstriche auch weglassen. Wenn man weiß, dass man nur mit negativen Zahlen arbeitet, dann multipliziert man das, was da drin steht, einfach mit mal minus 1 und kommt auch zu einem positiven Ergebnis. Also wenn wir hier wüssten, dass wir nur mit positiven oder nur mit negativen Zahlen am Werk sind, dann ist es relativ einfach, diesen Betrag aufzulösen. Wie sieht es bei uns denn aus hier beim Integral? Naja, wir laufen von minus 1 bis zur 3, schön über alles drüber, von den negativen Zahlen bis zu den positiven Zahlen. Aber was man machen darf, ist zu sagen, ich teile dieses Integral auf. Ich gehe jetzt erstmal nur über den negativen Bereich, also von der minus 1 starte ich und gehe bis zur Grenze zu den positiven Zahlen, also bis zur 0, integriere da drüber und danach mit einem plus laufe ich den Rest ab. Also von der 0, alles was noch übrig ist, im positiven Bereich hier bis zur 3, berechne ich dann das restliche Integral. So kann man Integrale aufteilen, wenn es einem von den Grenzen noch nicht so passt. Innen drin lassen wir jetzt erstmal alles so stehen, das habe ich jetzt auch nochmal auf die nächste Seite geschrieben, aber jetzt können wir uns Gedanken machen, das was wir eben schon gelernt haben. Das heißt, wenn wir hier wissen, wir setzen nur negative Zahlen ein, auf jeden Fall letztendlich, dann was können wir mit dem Betrag machen? Dann haben wir gelernt, dann muss man das, was im Betrag steht, mit minus 1 multiplizieren. Also aus dem x machen wir ein minus x, weil wir hier nur negative Zahlen haben werden. Den Rest schreiben wir so ab. Also wir dürfen die Betragsstriche weglassen, müssen aber mit minus 1 multiplizieren. Und wie sieht es hier hinten aus? Da sind ja alle Zahlen, mit denen wir hier hantieren, positiv. Das ist ja noch besser. Das heißt, die Betragsstriche brauchen wir hier überhaupt nicht. Können wir einfach weglassen, weil die Zahlen sind sowieso positiv. Dann ist Betrag von x genau dasselbe wie x, wenn wir mit positiven Zahlen rumhantieren. Und das ist doch jetzt schon viel besser, denn es sind keine Beträge mehr da und wir können das jetzt integrieren, wenn es denn möglich ist. Vielleicht sollten wir erstmal die Klammern noch auflösen, dass wir die Stammfunktion einfacher bilden können. Minus x mal 1 wäre minus x und minus x mal minus x wären plus x Quadrat. Und in dem zweiten Integral genau dasselbe Klammer auflösen. Da hätten wir x mal 1 ist x und x mal minus x wären minus x Quadrat dx. Das sind doch zwei schöne Integrale, von denen wir jetzt dann die Stammfunktion bilden können. Die Regel kennen wir vielleicht. Wir haben hier x hoch 1, also minus x hoch 1. Das heißt, wir werden die Hochzahl 1 größer machen, also wir werden daraus ein x hoch 2 machen. Vorne dran kommt ein Bruch. In den Nenner dieses Bruchs kommt die neue Hochzahl, die 2. Und in den Zähler kommt die Zahl, die vorher vorne dran gestanden hat. Das ist diese Zahl hier. Das ist eine minus 1, wenn man da keine Zahl sieht. Und die schreiben wir hier eben in den Zähler rein. Dann kommt das Plus. Und jetzt genau dasselbe von der Regel wie hier vorne. Die Hochzahl wird 1 größer gemacht, also wird zu einer x hoch 3. Vorne dran kommt ein Bruch. Die neue Hochzahl hier unten rein. Und oben kommt die Zahl hin, die vorher vorne stand. Das war eine 1. Also die kommt da hin. Das ist die Stammfunktion. Die Grenzen noch dran. Und dann dasselbe mit dem zweiten Integral. Genau dieselben Regeln. Aus x hoch 1 wird x hoch 2. Vorne dran kommt der Bruch, der im Nenner diese 2 hat. Und im Zähler die Zahl, die vorne dran stand. Naja, das ist halt eine 1. Dann das Minus. Und auch hier aus x hoch 2 wird x hoch 3. Bruch vorne dran. Die 3 da unten rein. Und hier stand auch eine 1 vorne dran. Die kommt dann hier hin. Die Grenzen sind jetzt andere. Deswegen immer wieder aufpassen, was man hier außen hinschreibt. Dann setzen wir jetzt die Grenzen ein. Und zwar startet man mit der oberen Grenze. Hier vorne von dem Teil erstmal. Und setzt es für jedes x, was hier vorkommt, ein. Und berechnet das. Und das kann ziemlich aufwendig werden, wenn man keinen Taschenrechner benutzen darf. Aber übt es ruhig. Denn in den meisten Fällen darf man mittlerweile echt keinen Taschenrechner mehr verwenden. Also die 0 rein da für jedes x. Was ganz schön ist, denn es wird zu 0. Und genauso hier, wenn man 0 einsetzt, wird es 0. Also unsere erste Berechnung ist schon mal 0. Dann kommt immer ein Minus, bevor man die untere Grenze einsetzt. Also immer ein Minus. Ob die hier positiv oder negativ ist, ist egal. Immer ein Minus. Und dann macht er am besten eine Klammer. Denn wir sollen jetzt eben die Minus 1 hier einsetzen und hier einsetzen und all das, was da rauskommt, eben Minus rechnen. Hier vorne. Minus 1 reingepackt. Minus 1 hoch 2 wäre was in der kurzen Nebenrechnung? Das wird zu einer 1. Weil Minus 1 mal Minus 1 eben 1 wird. 1 mal Minus 1 halb wären Minus 1 halb. Das wäre der Teil hier vorne. Genau dasselbe hier. Minus 1 hoch 3 hätten wir da hinten. Das wird diesmal negativ, weil die Hochzahl ungerade ist. Minus 1 mal ein Drittel wären Minus 1 Drittel. Okay, den Teil da vorne haben wir schon mal. Dann kommt das Plus. Jetzt wird die 3 eingesetzt für jedes x. Auch hier. Dann hätten wir 1 halb mal 3 zum Quadrat. Also zuerst mal 3 zum Quadrat wären 9. Mal 1 halb wären 9 halbe. Minus 1 Drittel mal 3 hoch 3. Ja, schreiben wir es vielleicht erstmal hin. Dann können wir gleich gucken, was da rauskommt. Dann kommt wie immer ein Minus und die untere Grenze wird eingesetzt, die jetzt aber wieder so schön ist wie eben. Da wird alles zu 0. Also da ziehen wir im Grunde nichts ab. Dann lasst uns mal hier vorne ein paar Berechnungen machen. Erstmal die Klammer hier ausrechnen. Was hätten wir da? Ja, bringen wir das Ganze mal auf den Hauptnenner. Also auf Sechstel erweitern. Was kommt da raus? Wir müssen mal 3 rechnen. Also einmal 3 sind 3. Und hier müssen wir mal 2 rechnen. Also 2. Minus 3 minus 2 wären minus 5 Sechstel. Also Ergebnis von der Klammer. Und das Minus hier vorne dran, nicht vergessen. Minus mal Minus wird dann letztendlich zu einer 5 Sechstel hier vorne. Dann die 9 halbe dazu. Okay, müssen wir gleich mal verrechnen. Und hier 3 hoch 3 kann man mit einer 3 hier unten kürzen. Dann sind nämlich nicht mehr 3 von den 3 da oben, sondern nur noch 2. Also im Grunde nur 3 hoch 2. Das sind 9. Die werden hier noch abgezogen. Die 9 können wir schon mal in einen Bruch schreiben. Denn wir müssen jetzt schon wieder den Hauptnenner von 6 bilden. Das heißt hier mal 3 rechnen. 2 mal 3 sind 6. Und 9 mal 3 sind 27. Und hier hätten wir mal 6 müssen wir rechnen. Dann hätten wir 9 mal 6 wären 54. So, gleich haben wir es. Jetzt nur noch zusammenrechnen. 5 plus 27 wären 32. Minus 54 wären minus 22 Sechstel. Und das können wir jetzt noch einmal kürzen mit 2. Dann kommen wir auf 11 Drittel. Minus 11 Drittel wäre das Ergebnis. Dann hoffe ich, dass es euch gefallen hat, ihr ein bisschen was dazu gelernt habt. Wir sehen uns bei einem nächsten Video. Macht's gut!